Es schwebet, es schwebet, es schwebet der Stall. Hallöchen meine Käsekitzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Deraldi Family Gacy Challenge. Wir sind mittendrin, mitten in der Nacht von einem kleinen Besucher heimgesucht worden und das seht ihr gerade. Und das ist unsere gute alte Penny, die gerade das Ställchen durch die Gegend schwebt. Sei es drum, heute werden wir eine kleine Besonderheit machen. Letzte Folge haben wir ein neues Pony adoptiert, ein Pferd namens Ulla. Der komische Schneemann-Zwerg macht wieder den Seestern und Alex Witchers zu uns gezogen. Diese Folge dürfen die beiden Grazchen hier noch bleiben. Danach werde ich sie dann irgendwann rauskicken. Hört sich böse an, ist aber so. Außerdem wird auch unsere Bess bald erwachsen. Und wir werden jetzt, sag ich mal so, das so machen, die ist ja noch mit ihm jetzt zusammen. Dass die beiden dann zusammenkommen, dass sie halt zu ihnen dann zieht, würde ich mal sagen. Und ich hoffe auch, wo Kinder bekommt. Wenn nicht, muss ich das halt machen. Und ja. Um Karotten gebettelt werden. Wieso? Der Geist, der kann doch nicht... Komm! Zuneigung! Kraulen! Komm! Ach, der Pferd ist jetzt dahingespäht. Komm, du brauchst wegspäht. Erstmal das Geisterpferd ankrabbeln. Ich finde das ja gut, dass er Freunde fürs Leben. Da ist es noch. Hier. Bist du zu sagen, wo? Ich schlafe alle noch. Rübenbuschen. Und das Pferd, wo geht das nochmal hin? Geht's nochmal in den Stall, oder? Es schwebt gerade. Ja gut, es wird wohl wieder den Stall wieder heimsuchen, würde ich mir davon ausgehen. Sag ich doch. Du fährst so. Oh, hier ist eine Box, die schwebt in der Luft. Ah, nee. Ihr beide seid ja auch schon ewig und drei Tage zu dieser. Aber ihr müsst... Ihr schläft ja noch. Achso, das ist ja nicht... Seine... Besser halt auch bald Geburtstag, super. Oh. Hallöchen. Freundlich. Freundschaftlich umarmen. Ich halte mir was ganz lustiges vor. Füßen. Romantisch? Aber momentan können wir das noch nicht machen. Was ist das? Okay, das können wir noch machen. Unvergesslicher Guss. Unverschwecklich. Unverschwecklich. Ja, momentan können wir das noch nicht machen. Hier? Oder ist das hier drüben? Da sehe ich den Augen. Ja, da kann sich jemand mal ganz kurz was fertig kürzen. Das ging geben, weil ich glaube die hat ihn auch gemacht. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Was macht er? Umspüßen. Was ist die denn? Was? Erstmal abschlabern. Aber woher? Was immer Erkennen jetzt mit dir? Ich gemein. Possieren? Da sind sie Gäste, die mich lieben. Momentan geht das nicht weg. Weil sie ihn noch nicht verloren. Nina muss erst mal was essen. Oh, sie hat eben was gegessen. Okay. Moment! Was ist denn? Wer meckert denn hier rum? Was kann man denn machen? Nein! Kann ich mich angestrichen? Wieso kann ich das noch nicht? Anschwiegen! Wieso? 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 Wieso gar nicht, was geht das hier? Das glaube ich aber gar nicht. Achso, da ist gerade mal was. Wieso? Sie wollten scheinbar irgendwas in den Garten machen. Nicht Beleidigungen anhören. Gartenfliegen. Wie gehört ihr euch beide also? Wie gehört ihr euch beide also? Wieso? 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 Da müssen sie irgendwie Radi ich machen? Star continuing. Au! Das ist ja speziell. Freundlich. Ich muss mal ganz kurz was machen. Die Schlange, bitte! Zusatourvon. Scheinbar geht das noch gar nicht. Wie rattig muss ich denn die machen hier bitteschön? Ist das wegen meiner Wissenschaftskarriere noch? Aber du bist erwachsen oder? Bist du noch ein Teenager? Nee. Bist ein junger Erwachsener, ja. Alles gut. Aufräumen. Aufräumen. Wie ist das? Oh. Nein! Es geht einen auf die Nerven. Hier sind so viele Leute. Also. Hm. Kitzu, Kitzu, boi. Ich weiß nicht, gute Bier. Kuhneigel. Reichen. Ja. Kann beschädigen lassen. Ich muss das vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Zusehen, wie der Vogel herumschwebt, oder was? Das war eine coole Lange. Woher hin? Duschen? Wurde die Dusche wohl gelegt? Nö. Achso, die Dusche muss erst repariert werden. Dusch mal. Mir nörzt zu hören. Ja, ja, ja. Ähm, gut, okay. Duschen! Und jetzt Duschen. Ja, ja. Gib die Pinsen drohen! Ähm, ach. Verlag, raun. Ja, ähm, ja. Hallo! Hallo! Träschchen geben. Ich glaube, die hat jemand gedacht. Er kommt nach. Noch irgendwas hier? Nö. Nein. Mina wird bis langsam wahnsinnig, weil sie nicht rauskommt. Steffen? Hä? Was ist denn hier? Haben sie... Ja, geht hin! Äh... Nö, blä, häh, häh! Irgendwas ist schon wieder hier kaputt! Achja, hier, das Träschchen wieder. Ist ja im Dauereinsatz. Witcher! Wieder ist mir rein. Ich spiele was Klavier, jetzt wird's ja nichts lesen. Jetzt schlafen ins Bettel! Jetzt kannst du jetzt schlafen. Da geht duschen. Hallo! Würdest du jetzt hier schlafen? Schlafen! Wie geht's da auch? Der Zombie geht erstmal auf den Schobestuhl! Nein! Ey, das ist doch eigentlich der Paparazzi. Wieso sind jetzt auf einmal ein Zombie? Naja, egal. Sag mal, wie viele Leute halten sich denn hier immer auf meinem Grundstück auf? Moment, Zombie-Attacke? Er läuft jetzt weg! Ja! Cool! Kommt ihr immer hier klar? Die nimmt hier alles sehr geschillt! Geh jetzt ins Bett! Einfach gekonnt ignoriert! Nein! Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, das ist nicht dein Pferd! Hier, räum mal auf! Ihr seht aus wie bei Otten-Dotten! Schön für dich! Zack, zack, zack! Würde es euch mal ausmachen, im Winter nicht das Laub zusammen zu haben? Ich hoffe, da drinnen rumzuspielen! Ich hoffe, da drinnen rumzuspielen! Ja! Los! Wegschmeißen! Hm, mein Computer freut sich schon mal! Was ist denn Mina über... Hand beschnüppeln lassen, kannst du später? Garten fliegen! Los, Feuer frei! Was haben wir hier? Oh, Treifenhörnchen! Hm, hm! Was war das? Es wird schon Alex, dass ich eine Fesse... Achso! Okay! Da wäre er sich ja schon ein bisschen drum kümmern. Ähm... Alexi? Bautschi, Bautschi, Bautschi! Ja, wollte jemand einen Schneemann bauen? Vor allen Dingen kann geerntet werden! Dass wir es denn da noch rausholen! Und dass es ja noch hieß! Hm... Ich keine Ahnung hab! 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 Hier, Feuer anzünden! Dann geh doch aufs Klo! Ich halt dich nicht ab! Hast du schon gemacht? Ein paar Simoniens von Fred schnurren! Kann man das wirklich machen? Freundlich? Nee, kann man nicht. Also möglich ist es schon. Sie ignoriert das gekonnt! Wie sie es aber gekonnt ignorieren. Wir werden jetzt erstmal mal die ganzen Bücher hier reinmachen. Was ist noch was? Die hier die ganzen Leute hier verteilt haben. Noch irgendwelche hier? Hier ist noch was. Die ganzen Leute haben hier übelst die Bücher drin. Boah, die ist ja extrem! Oh, was ist das noch nicht gegeben? Die hat ja die ganzen Bücher hier drin! So! Parken wir erstmal alles rein! Haben die noch hier irgendwelche Bücher? Die hat genau so viele Bücher hier! Mal erstmal überall alles reinparken! Er hat einen Abgrund. Die hat glaube auch welche, genau. Also erstmal hier alle Bücher. Oh, jetzt zweimal das Buch. Wir können ja hier noch ein paar hinten setzen. Ah, so viele Bücher. Jemand hat herausgefunden, wie man einen klassischen Schneemann baut. Das ist auch gut. Ich muss aber trotzdem erstmal hier. Ups, er lacht. Da haben alle so viele Bücher immer drin. Hier? Ne, bei dir habe ich es schon raus sortiert. Und bei dir? Ja, so viele. Menschenskinder, was macht denn ihr? Ihr seid ja richtige Laserratten. Technik für Technik. Hass hat er sogar zweimal. Auch nun? Was ist er? Ach man. Das ist kleptomanisch. Alicia läuft hier rum? Helix bauten. Nee, Mann. Das, was ich eigentlich diese Folge machen wollte, habe ich immer noch nicht gemacht. Geht's mal dahin. Ich habe einfach die Option noch nicht gefunden. Wo sich da jetzt ein Date machen? Eigentlich nicht. Das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ich möchte ja eigentlich, dass sie sich endlich verloben. Das Problem ist... Das geht nicht. Nach Bad Bar. Das muss doch eigentlich... Ja, sein Baby machen. Ah, hier. Ah, hier ist es doch. Wow. Ich wollte doch schön sein. Da, da. Den Heiratsantrag machst du dann auch, Alex, ne? Oh, wie schön. Alex ist nun auch ein Star. Ein Geschenk machen. Ach, das kannst du machen. Was können wir denn hingehen? Ein bodenständiges Regal. Was haben wir denn hier alles drin? Hm. Mitnichten. Sie sitzt im Schnee und denkt über Gott und die Welt nach. Ach, naja. Klasse. Junggesellen abschießt. Äh, abschießt. Ähm. Shit geben halt das auf alle Fälle. Das machen wir diesmal sogar. Das letzte Mal habe ich es vergessen. Mina, hör auf, damit wir leben. Das Leben... Äh, die... Immer zu so denken hier. Das Leben ist Mist. Weiß ich. Komm. Feuer frei. Nein, das ist der Boi. Diko, Diko, du. Was ist das? Mureen hat vom Herrschluss gedrückt frische... Sag mal, wie viele Küchenrecke kriegen wir denn hier? So viele kann ich doch gar nicht verbrauchen. Genauso wie Herr oder sowas. Na gut, ich sag jetzt erstmal, schau hier und wir sind es in der nächsten Fall. Gewonnen die Sims 3, die Faunigacy Challenge wieder. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nächstes Mal sogar eine Hochzeit bekommen werden. Ciao. Ciao. Ciao.